So, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video im Modul Externes Rechnungswesen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir beschäftigen uns weiterhin mit Bilanzkennzahlen und zwar werfen wir heute einen Blick auf die Rentabilität. Es gibt hier vier Kennzahlen, die ich euch etwas näher bringen möchte. Hierzu haben wir erneut eine Bilanz gegeben, aber auch einen Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechnung, weil wir dort unter anderem den Gewinn oder auch den Zinsaufwand oder auch die Umsatzerlöse brauchen. Das sehen wir gleich. Die Rentabilität einer finanzwirtschaftlichen Maßnahme bezeichnet das Verhältnis zwischen dem erzielten Ergebnis und dem eingesetzten Kapital. Diese Kennzahl dient dazu, die Effizienz und Wirtschaftlichkeit einer Investition oder eines Unternehmens zu bewerten. Zum Beispiel die Kennzahl der Eigenkapital-Rentabilität, die wir heute auch bestimmen werden. Die werden wir sogar als erstes gleich bestimmen. Schauen wir uns mal kurz die Bilanz hier an. Wir haben Aktiva und Passiva. Auf der Aktiva haben wir hier das Anlage- und Umlaufvermögen, sortiert hier nach der Liquidierbarkeit. Und auf der Passiva haben wir Eigenkapital und Fremdkapital oder statt Fremdkapital Schulden. Je nachdem, welche Positionen jetzt hier geöffnet wurden bzw. abgeschlossen wurden. Und auf der Passiva ist das Ganze dann nach Fälligkeit bzw. Fristigkeit sortiert. Ich wiederhole das immer mal wieder gerne, weil es könnte ja sein, dass das euer erstes Video ist, was ihr hier auf meinem Channel halt anschaut. Und vor allem, wenn man sich das immer wieder bewusst macht, dann sitzt das auch irgendwann. Vor allem dann, wenn ihr in der Prüfung sitzt und ihr so eine Bilanz gegeben habt. Oder ihr sollt eventuell eine Bilanz aufstellen. Ihr habt bestimmte Positionen gegeben. Dann müsst ihr wissen, okay, ich sortiere einmal nach Liquidierbarkeit auf Aktiva und auf Passiva nach Fristigkeit bzw. Fälligkeit. So, dann haben wir noch einen Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechnung, G und V. Hier finden wir immer unsere Aufwendungen und unsere Erträge. Ihr seht schon, hier auf der linken Seite haben wir unsere Aufwendungen. Auf der rechten Seite haben wir hier unsere Erträge. Wenn ich Aufwendungen, Erträge hier abwäge bzw. die Aufwendung von Erträgen abziehe oder die Erträge von den Aufwendungen, das hängt davon ab, welche Zahl ist am Ende größer. Habe ich entweder einen Gewinn oder einen Verlust erzielt. Man nennt das auch das Betriebsergebnis oder allgemein das Ergebnis, was dann einen Einfluss auch auf das Eigenkapital des Unternehmens dann hat. Ob sich dieses mehrt oder mindert, haben wir alles geklärt hier auf unserem Channel in der Playlist Externes Rechnungswesen. Schaut euch dort gerne noch einmal um, so wie auf unserer Webseite, denn dort findet ihr sämtliche Fragenkataloge zu sämtlichen Modulen. Ihr findet neuerdings auch eine Datenbank, da könnt ihr einfach Begriffe eingeben und suchen, die dann euch nochmal erklärt werden. Den Rest packt ihr wie immer unter des Videos in die Videobeschreibung hinein und für Fragen, Kritiken, Anregungen etc. immer gerne die Kommentare nutzen. Das erstmal zum Vorgeplänkel, die ersten drei Minuten sind schon rum. Wir legen mal direkt los mit der ersten Kennzahl und zwar mit der Eigenkapitalrentabilität, die die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals angibt. Sie wird ja oftmals auch als Unternehmerrentabilität bezeichnet. Ich packe euch dazu auch was unterhalb des Videos in die Videobeschreibung noch hinein. So, wie bestimmt man denn die Eigenkapitalrentabilität? Rentabilität, nehmen wir einfach mal ein großes R. Man könnte auch ein kleines R nehmen und dann schreiben wir einfach mal EK hier hin. So, Notationen, wie gesagt, die können abweichen. Und das ist nichts anderes als der Gewinn. Gewinn durch das eingesetzte Eigenkapital ohne Gewinn. Also, wir schreiben einfach hin EK für Eigenkapital. Können wir direkt mal bestimmen. Ich markiere euch mal die Position, die wir hier brauchen. Gewinn können wir direkt aus der G- und V-Rechnung ablesen. Und zwar hier Gewinn mit 30.000. Können wir ja direkt mal hier oberhalb des Bruchstriches eintragen. So, ich spare mir jetzt hier nochmal Euro oder so hinzuschreiben. Und dann haben wir das eingesetzte Eigenkapital ohne den Gewinn. Das Eigenkapital ist ja hier in der Bilanz differenziert zwischen gezeichnetem Kapital, Gewinnrücklagen und Jahresüberschuss. Und der Jahresüberschuss hier, der ist ja der Gewinn. Demzufolge interessieren uns nur diese beiden Pakete hier. Und das wäre eben dann das eingesetzte Eigenkapital. Und das sind dann 150.000 Euro. Guckt euch ganz genau die Bilanz an. Dann sollte das auch ersichtlich werden. Ja, und dann können wir hier einmal bestimmen. Ihr könnt auch am Ende hinschreiben, dass ihr mal 100 multipliziert, weil ihr am Ende ja einen Prozentwert heraushaben möchtet, für uns interessiert. Also mich interessiert jetzt hier nur das Verhältnis. Und dann kann ich daraus den Prozentwert ableiten. So, 30 durch 150.000 sind 0,2. Und diese 0,2 entsprechen 20%. Das ist unsere Eigenkapitalrentabilität bzw. die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals. So könnte man das auch bezeichnen. Und das eingesetzte Eigenkapital hat sich im Laufe des Jahres um 20% verzinst. Nachsteuern hier. So, ja, dann hätten wir einmal das soweit abgefrühstückt. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Rentabilitätskennzahl. Und zwar der Fremdkapitalrentabilität. Ich schreibe jetzt hier auch wieder ein großes R hin. Und dann einfach hier so FK. Und dann brauchen wir wieder eine Formel. Die Fremdkapitalrentabilität gibt die Verzinsung des Fremdkapitals an. Also einfach, ja, das Umgekehrte im Vergleich zur Eigenkapitalrentabilität. Und demzufolge hätten wir einmal einen Zinsaufwand geteilt durch das eingesetzte Fremdkapital. Also Zinsaufwand. Zinsaufwand. Ich kürze es jetzt hier mal ab. Weil wir brauchen rechts gleich noch ein bisschen Platz für die Zahlen. Und dann FK für Fremdkapital. So, was ist denn hier unser Zinsaufwand? Gucken wir mal kurz rein. Zinsaufwendung finden wir in der Gewinn- und Verlustrechnung, nicht in der Bilanz. Und haben wir hier auf der Soll-Seite. Ich markiere das einmal. Das sind 20.000 Euro. Also können wir die doch schon mal hier eintragen. So, 20.000. Fremdkapital. Fremdkapital in der Bilanz auf der Passivseite. Wichtig, das eingesetzte Fremdkapital. Wir haben hier nur Darlehen- und Lieferantenverbindlichkeiten. Wir haben nichts weiteres. Demzufolge können wir beides hier direkt mit einbeziehen. Das sind dann 270.000 Euro. Das schreiben wir hin. 270.000 Euro. So. Und das geben wir dann auch wieder in den Rechner ein. Übrigens, die Aufgaben habe ich aus dem Übungsbuch, auch die Bilanz, habe ich dort entnommen. Aber Zahlen sind nicht geschützt. Und dementsprechend habe ich ein bisschen grafisch noch angepasst hier. Also da nicht wundern, wo ich das eventuell her habe. Ich lerne sehr viel auch mit Übungsbüchern etc. So, 20.000 durch 270.000 sind dann 0,074. So, jetzt wird es ein bisschen eng hier. Das wären dann 7,4%. Ich bleibe jetzt bei der ersten Nachkommastelle hier. Ihr könnt das gerne auf die zweite, dritte Nachkommastelle dann runden. Das bleibt euch dann überlassen. Ja, das heißt, das erhaltene Fremdkapital hat Kapitalkosten von 7,41% verursacht. Und wir könnten ja diese Kapitalkosten jetzt abwägen mit der Verzinsung des Eigenkapitals und stellen fest, die Verzinsung des Eigenkapitals war höher als die Kapitalkosten, die mir entstanden sind. Das hört sich doch schon mal nicht so schlecht an. Wenn man dann noch sowas wie Inflation etc. noch mit reinbringt, könnte man auch noch machen. Denn das Geld, was ich heute habe, hatte nicht reell denselben Wert wie ein Jahr später. So, das einmal zur Fremdkapitalrentabilität. Dann frühstücken wir das auch einmal ab. Dann würde ich als nächstes zur Gesamtkapitalrentabilität kommen. Auch hier wieder schreiben wir R und dann GK für Gesamtkapitalrentabilität. Und hier brauchen wir jetzt auch eine Formel. Eventuell brauche ich hier gleich ein bisschen mehr Platz. Eine zweite Zeile, gucken wir mal. So, denn die Formel lautet hier Gewinn plus Fremdkapitalzinsen. Also schreiben wir mal hin. Gewinn plus FK Zinsen. So, das reicht aus. Und das Ganze dividiert durch das Gesamtkapital ohne Gewinn. Gesamtkapital. Gesamtkapital ohne Gewinn. So, kriegen wir das hier direkt zumindest noch alles auf diesem Bruchstrich hier drauf. So, Gewinn. Was hatten wir an Gewinn? Und zwar 30.000 Euro. Musste ich jetzt hier nicht nochmal markieren. 30.000, schreiben wir direkt hin. So, plus nochmal 20.000 Euro an Zinsen. Zinsaufwand haben wir hier direkt auch schon markiert. Also packen wir die hier auch noch mit auf den Bruchstrich. So, sieht ein bisschen gequetscht aus. Ich schreibe das mal etwas sauberer für euch hin. Warte mal. So, ich lade ja auch die Folie neu, denkst bei uns in der Bibliothek auf der Webseite noch hoch. Deshalb macht das Sinn, das hier nochmal ein bisschen leserlicher hinzuschreiben. So, aber das passt soweit. So, das Ganze durch das Gesamtkapital, das hier bei 420.000 Euro liegt. Im Prinzip ist das hier die Bilanzsumme, die auf beiden Seiten natürlich identisch hier ist. Nur, ich muss von dieser Bilanzsumme noch den Gewinn abziehen. Und den Gewinn, den finde ich hier nicht auf der Aktivseite, den finde ich hier dann wieder. Die 30.000. Das heißt, 450.000 minus 30.000 bin ich bei den 420.000. Das ist nochmal ganz wichtig. Das könnte, denke ich, ein Fehler sein, den man in solchen Aufgaben dann macht, dass man den Gewinn nicht vorher mit rausrechnet. So, und dann könnten wir das Ganze auch direkt einmal ausrechnen. Ich schreibe das hier nochmal hin. Und zwar, Taschenrechner 50.000 hätten wir hier, geteilt durch 420.000 sind dann 0,119 und das entspricht dann 11,9%. So, doppelt unterstreichen, da hätten wir das auch soweit abgefrühstückt. Ja, und die Gesamtkapitalrentabilität gibt die Verzinsung des insgesamt eingesetzten Kapitals, also Eigen- und Fremdkapital an. Sie wird eben auch als Unternehmensrentabilität bezeichnet. Insgesamt verzinst sich hier in diesem Fall das eingesetzte Kapital nachsteuern mit 11,9%. So, und dann hätte ich noch eine Kennzahl, und zwar die Umsatzrentabilität. So, schreiben wir einfach U hin und dann nehmen wir mal Umsatzrentabilität. Wobei, wir nehmen R, U, R und dann einfach so ein U hier hin. In der Literatur nimmt man häufig kleinere Buchstaben, warum auch immer, aber das müsst ihr für euch dann wissen. So, hier brauchen wir jetzt auch eine Formel. Die fällt mir etwas kürzer aus, und zwar haben wir erneut den Gewinn. Und den Gewinn setzen wir ins Verhältnis zu den Umsatzerlösen. Schreibt mal U, E hin für Umsatzerlöse. So, Gewinn kennen wir hier schon, sind die 30.000. 30.000 Euro. Und die Umsatzerlöse sind hier 80.000 Euro. Und die befinden sich hier bei den Erträgen. Hier stehen sie sogar 80.000 Euro. Also tragen wir die hier unten dann ab. So, dann setzen wir das Ganze im Taschenrechner ins Verhältnis. Also 30.000 durch 80.000. kommen wir hier auf 0,375 und das entspricht dann 37,5%. So, ja und die Umsatzrentabilität gibt eben an, wie viel Prozent des getätigten Umsatzes als Gewinn verbleiben. Ja und bei einem Umsatz beispielsweise von 1.000 Euro bleiben als Gewinn 375 Euro übrig nach Steuern. Ja, so, das passt dann auch soweit schon. Ich habe mit euch jetzt die wichtigsten Kennzahlen, Rentabilitätskennzahlen einmal besprochen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich weiß, das Video ist wieder ein bisschen länger. Aber wir haben das sehr ausführlich gemacht. Und es kann ja durchaus sein, dass in einer Prüfung nicht einfach die Werte so hingeklatscht sind im Text, sondern dass ihr das anhand der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung machen sollt. Und dann müsst ihr eben wissen, welche Werte brauche ich. Da reicht das nicht nur aus, ich kenne die Formel, sondern ich muss das auch ein, zweimal zu Hause gemacht haben. So, und das war es dann soweit. Schaut, wie gesagt, auf unserer Webseite vorbei. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Ciao.